d report park park ja nice siehst du das klappt alle def cooldowns an ist dann mal ja ich fiel jetzt siehst du wie gut dass man im fok geht ja nur deswegen sobald ging es gleich in den stein geschafft hat dann pullen beziehungsweise mit runterzählen damit wir prepotten können ich zäh runter dann jetzt gleich sobald die da sind 3 2 1 pull und 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 Das war's. Vielleicht dann Pots und alle möglichen Cooldons schmeißen? Ja Pots Sehr gut Klingenstein und Pull Okay 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 Pets weg Pets weg Triggered Becken, wenn muss Herz wiederholen Okay 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 oder so, ich war ein so. Will einfach. Kannst gleich pullen. Ja, es dauert eben ein bisschen, bis der spawnt gleich, aber... Aber das kann nicht da, okay. Ja, jetzt springt er hin, jetzt kann man ihn pullen. Na, gleich respawn. Jetzt. Super. Ach, jetzt haben wir nicht geprepottet. Oder ich zumindest nicht. Okay. Er pennt. 60%. Meiner ist der falsche. Ich finde meins ist der richtige. Und so. Potz, wenn ihr noch nicht geht, schließen habt. Meiner. E3. Und geschafft. Raus. Pets weg. So, bin drauf. Okay. Drei, zwei, eins, go. Weiter, 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 weiter. Okay. Drei, zwei, eins, go. Weiter, 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 weiter. Die explodieren hier wieder. Die explodieren hier wieder. Ja. Wenn ihr könnt, bleibt back davon. Kick. Dann wegkicken. Ich kaufe keinen Kick mehr. Ich kick. Boah. Boah. Feilt der in. Okay. Dieses Feuer auf dem Boden hier macht keinen Schaden, oder? Ich würde es nicht rausfinden wollen. Ach, ey. Ach doch, das ist von den Bogenschützen. Okay. Wir haben alle gegenseitig. Bei rechts halten. Okay. Wir haben alle gegenseitig. Wir haben alle gegenseitig. Wie war das bei diesem Boss jetzt noch? Auf die Ads gehen, oder nicht? Nee, die Ads möglichst ignorieren. Wenn er, soweit er das Wirbel macht, in Bewegung kommen. Bitte runterziehen wegen Pre-Put. Drei, zwei, eins, pull. Und baut mit die Damage-CDs. Ja. Bis wir das Deck haben. Sobald er das Wirbeln macht, einfach in Bewegung bleiben. Und möglichst nicht aufspießen lassen. Ja, das ist das Desorientieren, was auf Nedra macht. Ich denke an das Enrage. Äh, Vera. Hat er schon? Nee. Nee. Aber es könnte jetzt bald kommen. Ich hab's ne Leiste auf jeden Fall. Cd-Steam. Repoken. Vielleicht. Ich musste jetzt cloaken, sonst wäre ich gestorben Er hat Enrage Was ist das bei Elton? Neter down Battle rest schnell Ich tanke Ich tanke Etra hat wieder Down Keine Ahnung mehr Wurste Ausgang Ja Buff bitte nach und zu Pads weg hier? Nein Achso, die beiden noch Go pull direkt Und dann so weiter kann das Ding befreien Zieh weg davon Nein, wurde es weggezogen? Hat es nicht geschafft? Doch, doch Manchmal wird man davon auch interrupted Ja, hat gerade noch aufgegangen Nächstes Pack Warte kurz bitte Ich glaube der verbleibende Haspa Oder der Rudimente Ich weiß nicht Einer von denen auf jeden Fall Okay, kannst Okay, kannst Hast du geklickt? Ja Nach Musik kurz reichen Fürs nächste Pack dann gleich möglichst viele cooldowns benutzen Weil das wird nochmal richtig heftig Jo Sind wir beim letzten Mal gewiped Okay, kurz reichen Hier übers Wasser? Ja, übers Wasser Achso, wir müssen erstmal die Range wegmachen Ja Ja, macht schnell Okay Ich bin dabei Aber nicht Pads mit draufschicken, bitte Nein Vordere Dinge reicht, wenn man es wegmacht Hateful Essence Richtig Nur das Vordere Und pull Okay, ist weg Sind wir auch noch? Nein, das brauchst du nicht Jetzt Damage auf die Viecher Ich muss das Klicken hinkriegen Ich mach mal den gleichen AOS dann rein Ich mach jetzt Nein, wurde weggezogen Nein Nel 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 Ich versuche hinzukommen Ne, man muss Nein, ich mach das Nein, ich fail Bin dran Lackertschaft läuft Läuft sich 100% durch Okay, guck, okay Die, die fast schon down sind Krass, ging durch Jetzt müssen sie sterben Okay Letzte Gruppe machen Aufmauten und auslassen Jetzt boss zuerst Aufmauten, hier links an der Ding dran vorbei Überzeugen Okay, von mir aus könnte pull Oh, sieh runter bitte Pull Pre-Pot Jetzt Denk dran, du musst diese Viecher da töten Die Rangers Ach, verdammt, ich hab das falsche Gecaste Kick irgendwer bitte Drückenden Aufsteigenden Hasskicken Müssen die mal warten Wolltest du da Reporten? Ignorieren und auf den Boss gehen, oder wie? Nein, nein, nein Mach dir auf jeden Fall weiter Da ist noch einer Der gehört Und doch, der gehört dazu Ich dachte, der war schon vorher da Oh, nein Oh, shit Ah, scheiße, was so Oh, fußt um durch Ist tot Wecken Ja, wecken Schnell, wecken Schnell, wecken Aber wir haben noch genug Zeit Ganz in Ruhe jetzt Ja Out of Combat Okay, wir machen was jetzt Netra, holt dich heile Und wer klickt an? Also hier müsst ihr einen gerade anklicken Ich klicke Das können ja mehrere klicken, oder? Nein, das ist besser, wenn noch Welch irgendwie ein bisschen Damage noch kommt Also du klickst Ich klicke, ja Die Kugeln müssen weg, ne? Warte kurz, warte kurz Ich will noch kurz Ja, mach die Kugel weg, genau So, ich hit schon Jetzt schon Hit for Essence Ja Okay Wir müssen vorher beide machen Aha, so Wir müssen beide machen Warte Hat zu schnell gepult Hat er gepult, acht und gepult Macht sie down Der andere fliegt noch Ja, ja So ist weg Kannst Klicke Nein, interrupted Oh Gott Ich werde hin Klicke Klicke auch Yay Alter Achievement Spam Deluxe Glatt 20 Minuten Nice Ach, geschafft Endlich Das war ja gar nicht Ich fand, das war in der einfachsten Ja